Willkommen zu einem Let's Play Minecraft. Ist doch klar. Mein erstes Let's Play. Ja. Wir spielen noch ohne Mods. Haben wir schon versucht mit Mods, aber da ist mir Minecraft abgeschmiert und da ist auch die Aufnahme gemacht. Da ich das Zeug nicht wiederholen will, werde ich jetzt mal beginnen. Ohne Mods stützen wir uns jetzt in die Survival Welt, die wir aufbauen werden. Mit einem besseren Computer. Mit einem geiler Computer halt. Besser Computer. Geiler Computer. Ich bin ja. Okay. Laden, laden, laden. Laden. Es sollte gleich mal. Wenn ich gleich sage, dann meine ich auch gleich. Okay. Wie viele FPS haben wir hier? Acht. Neun. FPS, ist 10. 100 FPS würde ich auch nicht erreichen. Also es sollte schon flüssig laufen. 10. Okay. Mit 10 FPS bin ich schon glücklich. Oder 60. 60. 60 wäre schön und das können auch noch YouTube darstellen. Neun. Also. Wie beginnen wir? Also mein Skin sieht hässlich aus. Ich wollte eine Maske herstellen. Aber da war so eine Maske davor. Und da, das Haar konnte ich auch nicht so einfach selber herstellen. Oder wie auch immer. Wir werden hier keine Mod verwenden. Und ja, ich mache den Bildschirm aus hier. Damit ihr, damit ihr noch mehr von der Welt zieht. Ich habe keine Optifine. Keine. Keine Optifine. Das sollte ich immer tun. Sonst werden die Let's Plays echt scheiße aussehen. Yo. Also. Was machen wir jetzt? Ähm. Ja. Blöde Frage. Holzabbau natürlich. Holzabbau ist so scheiße. Ähm. Ähm. Also. Weihnachten ist. Äh. Ist vorbei. Alles. Was habt ihr bekommen? Schreibt in die Kommentare zur ersten Mal. Jetzt könnte mich ja nicht angewunden. Jo. Okay. Ähm. Was suchst du da oben? Schwein. Warte. Ich hier. Hol dich mal runter. Hätte schon noch einen Mod eingebaut und wäre es jetzt spaßiger. Wieso hungere ich nicht? Ist ja eine gute Frage. Auf welchen Spielmodus spielen wir jetzt? Oh. Wir spielen auf Spielmodus. Jetzt bitte nicht lachen, Leute. Wir spielen auf Spielmodus. Peaceful. Geil, oder? Peaceful macht Spaß. So. Da ich es jetzt euch gesagt habe, könnt ihr mich auch. Könnt ihr mich auch in den Kommentaren damit nerven? Wir werden wechseln auf den Spielmodus. Also ne, den Spiel. Schwierigkeitsknall. So heißt es. Wieso? Ich könnte auch mal viel zu bleiben, weil ich ehrlich gesagt... Nein, das sage ich nicht, was ich für den Monstern habe. Äh. Keine Sorge. Nicht das, was ihr denkt. Ja. Ich habe, ehrlich gesagt... Punkt, Punkt, Punkt vor den Monstern. Okay, das klingt jetzt blöd. Wie auch immer. Wir haben einen perfekten Wohnsitz gefunden. Nun, da. Wir jetzt an diesem Strand wohnen werden. Mit Optifine werde ich Optifine installieren. Hier will ich auch den GLSL Shader Mod installieren. Da ich den installieren will, will ich jetzt auch mal... Ich, ähm... Will ich noch mehr Zeug in die hier? Jetzt place-Ramming, Spannung und neun Motto und so. Äh, nicht spannend. Ähm, grafisch, 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 schön, als ich so sagen, auch. Jo. Ähm, ich spreche ein bisschen, ich spreche ein bisschen komisch, Leute. Wieso? Das erzähle ich mich nicht. Äh, ja. Ähm, ähm, was auch immer. Kurze Personenbeschreibung über mich. Ich spiele, echt gesagt, nicht. Der reicht sich ja alt, nicht 18. Aber was bedeutet auch nicht, 20 oder dadurch. Jo. Also, ich hab, ich bin alt. Puh. Also, ich könnte auch 60 Jahre alt sein. Aber das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Ich klinge auch nicht so. Wie alt ich bin, dürft ihr in den Kommentaren machen. Ich werde ich auch mal so einen Wettbewerb machen. Ähm, Wettbewerb. Wie alt bin ich? Das weiß ich selber, keine Sorge. Ich wurde im Jahr... Keiner. Ähm, müsst ihr schon finden, wann ich gewohnt, oder? Ja. Ähm, und, ähm, also, was hab ich noch zu sagen hier. Wir sind hier beim Erder abbauen und ich sage, wie alt ich bin. Jo. Ähm, ich sag nicht immer, Jo. Okay. Okay. Also, wir sind jetzt, ehrlich gesagt, mit der Scheiße stecken geblieben, also... Und ich habe eine Maus. Ja, denn keine Maus, bitte. Äh, ja. Weil ich versucht habe, das zu machen. Ja, versucht. Und da war das Problem, dass ich das jetzt nicht schnell machen konnte mit dem, mit dem Inventar. So, äh, so ein, ein Objekt in den, ähm, in der, in der, in das Viereck reinzubringen. Also musste ich das immer dahin ziehen und das ist scheiße. Ja, das ist natürlich scheiße. Wieso baue ich mich eigentlich so tief? Sonst fragt ihr euch, oder? Der einzige ist das hier? Stein! Ja, es stimmt. Ich höre mich komischer. Weil ich meine Stimme nicht kenne das hier. Ja, wir leben schon sieben Minuten auf und sind so weit gekommen, dass wir Steine abbauen, meinsch. Jo. Ähm, ja, hier haben wir noch Sandstein und ja. Aber wenn ich dich alles täuscht habe, dann hat er jetzt in meinen Keller aufgehoben. Aber wurscht, wir haben 11 Strons. Also bin ich jetzt ehrlich gesagt nur 3 Strons. Aber da ich meine Erde nicht verschwinden will hier unten, würde ich sagen, ich baue mich jetzt mal mit Sand hier voll, damit ich hier rauskomme irgendwie. Ja, das Display ist gut. Ich werde Optifine installieren bald, keine Sorge. Aber das bedeutet nicht nach dem Essen passt. Schwer. Und wieso baue ich so scheiße? Mit echten Maustaste ist halt bisschen empfindlich bei mir. Und da sie empfindlich ist, möchte ich auch nichts Böses machen. Mit meiner schönen rechten Maustaste. Ich will hier schon dieses Loch ein bisschen ausfüllen. Damit es nicht so hässlich aussieht, wenn ich mich unten nach unten bauen und hier lacht. Denn wenn ihr lacht, fühle ich mich einfach. Nein, keine Sorge. Ich bin... Ich bin... Ich habe... Ich bin nicht blond. Weiter weiter versuchen ich bin... Ich bin nicht blond. Ich bin... Kein Mädchen. Äh, das habt ihr wahrscheinlich gemacht. Vielleicht... Aber ich bin jetzt nicht. Ich bin kein Mädchen. Ich bin nicht... Ich bin nicht... Äh, ich bin nicht schwul. Ich bin nicht... Äh, ich bin auch nicht so jung. Ich bin... Okay, dann hätte ich schon was an. Ich bin... Unter der 40 Jahre alt. So, den lässt du dir los. Weil ich es nicht mag, wenn ich es war. Da wäre es ja nicht spannend. Das baldige Parts folgen. Und wenn nicht, dann... Was soll ich sagen? Bald werden neue Parts folgen. Super. Zehn Minuten haben wir schon erreicht bei dem Let's Play. Hoffentlich kann ich das Zeug noch auf YouTube stellen. Wieso brauche ich das eigentlich? Ich bin da. Ich traufe mit. Und ich krieg's. So blöd. Also, wir haben einen neuen Ort gefunden. Und... Die... Schauce. Die Sonne geht unter. Ich muss mich verstecken. Ja, haha. Ich muss mich hier verkriechner unter der Erde. So. 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 Jetzt w 당신 ist es. Ja. Perfekt. Warte, welchen Spielschnitts spielt wie eigentlich? Okay. Ich bin...ister. Ich bin dumm dumm dumm. Also wir spielen yo're peaceful... KOLE SORGE habe ich gesagt aber das war meine stimme was wollte ich noch so wie spiel ja das war wohl der erste part hoffentlich hat euch der gefallen wenn ich dann bitte kein daumen unter das gut ratete in den kommentaren wie alt ich das ist ein spielchen wirklich aber ich dann älter damit ich sage ich bin zwei jahre und das ist noch mal das kanzler das wird nicht so sein mit der zweite part der kommt und ein daumen hochversuch und dieses dieses tschüss werde ich nie wieder keine so weit ich jetzt die strand aus hier also bevor ich noch mal schaden mache auf dieser welt hier möchte ich noch sagen ein daumen hoch wäre super wenn ihr zugeschaut hat und danke der zweite part wird folgen und hoffentlich werde ich im zweiten part nicht so gestört sein ja und tschüss